Hallo, herzlich willkommen zur 12. Folge von Kena Bridge of Spirits. In der letzten Folge haben wir Taurus Story auch abgeschlossen. Wir haben mit dem Kollegen hier geredet. Und... Ich muss jetzt nach links schauen. Let's go. Oh Gott. Mann. Gott. Dammit. Was? Schüttel den. Perfekt. Danke. Boah, die Jungen. Hier gibt's mir so viel zu erkunden, ne? Oh. 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 Sehr schön. So. Do you know what I have to do? Do you know what I have to do? Yes, that's right. Aha! I knew it. Here is nothing. Okay. I can't believe it. Hmm. Oh, let's go. Oh, my God. I can't believe it. Oh, let's go. Okay. Okay. Second try. Okay. 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 ifen. Okay. 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 compartmentalismus. Okay. Okay. Bro Natürlich despawn er direkt, mein Gott. Der ja, das Spiel fuckt mich grad enorm ab. Auch wenn ich's liebe, das Trigger grad enorm. Oh mein Gott. 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 Ich krieg gar nichts geschissen heute, ne? Nichts. Nicht mal den einfachsten Bullshit krieg ich geschissen. Ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guts. Geil. Der hat jetzt zwölf Minuten. Ich bin viermal gestorben. Ich habe nichts geschissen gekriegt. Oh mein Gott. Wie konnte er mich treffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. 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 Okay. Oh mein Gott, Alter. Endlich. Äh, nee, lass es liegen. Ich weiß nicht, ob ich das hinmachen muss. So. Ich nehme mir noch ein bisschen Cash. Oh, loo, was? Krass, okay, wusste ich gar nicht, dass es geht. Cool. Hm, okay, ich weiß nicht, wo ich sonst noch hin soll, hiermit. Ah, okay, hier sind drei, äh, Plätze für die Statue, ne? Okay. Okay, okay. Vielen Dank. Nummer 2 ist dann hier. Nummer 3 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 ist dann hier. Nummer 4 ist dann hier. Nummer 4 ist dann hier. Nummer 12 ist dann hier. Nummer 4 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 ist dann hier.